Räusper Räusper Husti Husti Moin Moin ihr Lümmel Ich habe eine kleine Info bezüglich Folge 20 Sie existiert nicht Es hat sie zwar gegeben Doch aus Grund XY kann Folge 20 Weder von einem Videoplayer Noch meinem Schnittprogramm geöffnet werden Also tun wir doch einfach so Als Ob die Folge 20 nie existiert hätte Naja Wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Schauen Der 21. Folge Vorretzt Moin Moin ihr Lümmel Heute sitzen wir gemütlich am Lagerfeuer Und tun einfach die ganze Folge Nichts anderes als am Lagerfeuer sitzen Und den Wams vollschlagen Und eventuell auch noch Ich weiß gar nicht wie viel Akku habe ich dabei Ja ein paar Fläschchen Also man kann sich auf jeden Fall heute bis wann Guckt mal Leute Ich habe meine Axt verschönert Guckt mal da hängen Federn dran Guckt mal Leute Ich habe meine Axt verschönert Guckt mal da hängen Federn dran Sieht voll scheiße aus Also jetzt bin ich Jetzt bin ich Jetzt bin ich traurig ne Jetzt gehe ich in die Höhle Tschüss Ja ja mach mal Jetzt gehe ich in die Höhle Ne da kommt auf jeden Fall mal mit Weil hier waren wir nicht Da fehlt ungefähr die Hälfte Schneide ich aber wahrscheinlich die Das Material von Mieti rein Weil Platte war voll Hat nicht mehr aufgenommen Perfekt Steini hüppst du bitte auch noch auf seinen Kopf Komm wir müssen uns mal ducken Steini bitte 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 Einmal gucken ob geht Du stehst auf meinem Kopf Du Volldepp Oh ja ich bin Ich bin stark Wir müssen mein Handy jetzt hier Was sind das gerade Also ich bin es diesmal nicht Erstmal hier Whatsapp abschicken Haben wir auch sonst nichts zu tun Ich habe voll keinen Bock auf die Höhle kann das sein Komm Park Ich fetz Hey Leute Ich blend euch das Ich blend Das muss jetzt Alles klar Ja ich werde das Ich leite das mal kurz und euch weiter Ich blend euch das dann hier mal ein Ich habe sie nie Ich habe sie nie Zugemacht Ich habe sie in die Gruppe geschickt Scheiße Wo ist denn der Eingang von der Höhle Da vorne Ach aber wo ihr seid gerade oder was Hä Wo ist denn der Eingang Mit der F Ja der ist hier Bei mir seid ihr Unter mir Warum hat der denn Hä wo hier Ja Genau Aber weiter Danke Hilft mir sehr Bin ich mal gespannt was ich hier drin finden werde Ja hallo Mann Was ist denn Wo ist denn der Eingang Ja außen Ja ist doch so oder nicht Ja hä wo war der denn jetzt Auf der seite wo das feuer ist Du guckst direkt drauf zu Alter halt die fresse Äh ist okay Hier ist kein feuer Hier ist kein feuer Hier ist kein feuer Doch da ist ein feuer Das steht auch ein shelter rum Ja ja noch Natürlich auch Nein gelogen Ach dann ist nicht gelogen Du bist einfach nur so blöd Um das ding zu finden Ganz easy peasy Ja 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 schön 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 Ja ja komm Erstmal ohne scheiße Ich finde den Eingang nicht Ja Ich komm da mal hin Moment Ja mach mal Moment Ja ich hab schon gesehen Ist schon wieder zu spammed Hier die Gruppe mit so ner scheiße von dir Ja Hier ist der Eingang Ja ok Alles auf mich Genau Alles auf mich drauf Ja Komm zu Papp Hallo höll doch auf mich Rund zu Schiemann Was ist falsch mit dir Hallo mach es mal bitte Natürlich dann Danke Meine Ja komm Hier macht mal einen mit Scheiße Oh mein Gott Diese scheiß Fledermäuse Wo ist das hier Da Naik Ich hab mich jetzt auf der Jacht Ey scheiße Mann Was Hallo Hä Ich da unten Na einfach nur Fledermäuse Das hab ich gesehen Aber ich hab's euch sicherlich schon eingeblendet Und ihr habt bestimmt schon richtig übergelacht alter Das ist wieder so ne scheiße ja Das lohnt sich gar nicht das Einzelnblenden Doch Nein Okay gut Stirpe Baby Das habt ihr Minzra zu verdanken Stirpe Baby Ah Sterpe Baby Ah Uh Money 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 Runter geht's noch weiter rein Ich bin schon voll weit voraus Ich kann nicht warten Aber Geht's da weit runter Ja schade ich wollte runterspringen Egal Ach guck mal ihr seid ja sogar schon da Ja Du bist so langsam Ich muss nur sagen Das ist weil du so langsam bist Äh Ich hab euch da oben den Weg freigeräumt Ja Ihr solltet ein bisschen dankbarer sein Nein Ihr seid scheiße Ja Habt ihr jetzt davon Ja ich hab gedacht Hier braucht man voll jetzt Tauchgerät und so Aber voll gar nicht ey Ach ich find's cool Das Teil zu haben kann nicht schaden Ja komm doch von der Decke Komm doch von der Decke Du bist scheiße Du bist richtig Hallo Alter Halbtot ey Halbtot Isa Köpsel such dich Ein Schwein Kann ich sonst sowas machen? Äh Ähm Cool Ne irgendwie nicht Wir werden direkt zerfleddert Lock die Mai hier Lock die Mai hier Oh mein Gott bitte 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 Bin ich grad doch schon dabei Oh nein Aber das sind schon wieder Babys dazwischen Einer der muss aufstehen der Typ Weil ich will also auf den Trau Warte 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 Hör aufhör auf Oh nein warte ich will das Ich will das probieren Hörde den mal nicht Wo ist der Kerl? Hier sind noch richtig viele also Ja die müssen hier herkommen Ich will auch so auf die drauf springen Ja okay Ah hat das funktioniert Na irgendwie nicht Also ich will ja nichts sagen ne Aber wo sind die? Hör die nur Ah hier Alter zwei mit einem Schlag Hier geschlagen Wat? Okay das ist ne fucking tiefe Höhle Was ist? Was? Was? War's das? Wollen wir alles ruhig? Ah ne da ist noch einer Versteh Ja das ist eigentlich ein ganz lieber der Typ hier Über Leiche Das ist Reinhard der Höhlenmensch Und der hat euch ganz doll lieb Ah hier geht's runter Okay Ist einer von euch schon da unten? Ja ich bin schon auf deiner Seite Ja schön danke dass ihr wartet ne Kein Problem Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr ganz? Da ist da ging's Ging's ins Wasser runter daneben Da war so ne kleine Witze Ah ja jetzt hab ich's gefunden Hast du? Gut Ja Sonst wär ich jetzt nochmal zurückkommen So freundlich wie ich bin Gern Meti? Ja natürlich Er geht einfach um uns weiter Leute Also äh Die nächsten Folgen werden ohne Meti Hä? Ach erzähl doch kein Junge Eigentlich ist es ja Met Y ne? Ja stimmt Met Met Y Das gute alte Y Met Wer kennt's nicht? Oh komm Woah Hahaha Hehehehe Hehehe Geilo Oh oh Alter ich bin fast Alter zerfittet euch Ich tauch wieder zurück Alter leck mich am Arzt Ach wie bist du denn drauf? Alter ich glaub mein Herz ist stehen geblieben Warum denn? Wo ist das Vieh? Ohhhhhhh Der ist einfach verschwunden Oh mein Gott Oh da ist der Oh krass Der kam einfach aus dem Nichts So jetzt ist er im Wasser Hehehe Oh Der ist schon ein bisschen Der ist gerade runter gefallen Wo ist denn der jetzt? Der ist da unten Ach da unten Am Boden Am Boden Der ist ersoffen Also ich würd sagen den haben wir fertig gemacht Eiskalt ersoffen würde ich sagen Toll Eiskalt ersoffen Eiskalt ersoffen Eiskalt ersoffen wenn er gleich kaputt ist dann tut es mir wirklich sorry was machst du denn mit bei mir liegt er da einfach noch kann gar nicht sein nimm den ja mit wie willst du den mitnehmen ich glaube da hat jeder seinen privaten ja natürlich jeder hat seinen eigenen ja du kannst ihn vor dir her schieben toll ja wieso siehst du das aber ich sehe es gleich macht gerade selber ja also weil man das kaputt wiederum fliegt alter folge auch macht doch die ich voll der hannis ja nichts spaß mit generatoren folgen titel hängen wieder viele leiche aber nur halbe leichen die machen hier nur halbe sachen dann kannst du das ja gar nicht monetarisieren wenn du das hier hängen wieder viele leichen nennst ach ja ihr seid witzig ihr seid witzig er weiß danke wenn du genau hinhörst dann tropfen die auch wenn ich genauer hin höre ich nur die musik im hintergrund du gehst doch da eigentlich lang egal scheiße kommt kommt hier waren wir schon mal kann ich sein doch wir waren wir schon mal so also können wir zurückgehen nur mal das kaputt ist hier waren wir noch nicht ach doch hier auch gott habe ich mich erschrocken hier sind die köpfe alter siehst du die ganze höhle ist im prinzip ein ganzes fällt ihr was auf können wir hier wieder zurück gehen weil da unten auf der karte guckst dann siehst du dass wir da schon überall waren ja ja ich sehe es also wenn wir richtung westen gehen das scheint auch noch ein bisschen weiter zu gehen ich bin mir aber gerade nicht sicher ok mann mit die fängst du heute noch an zu schneiden eigentlich ich denke doch ja scheiße ich muss ja nur eine volke hochladen alter dieser wird zum glück schon gerendert dann kannst du ja froh sein außer du hast sie gerade gelöscht ich habe ja nicht die fertigen voll aber wäre das extrem hart ich glaube ich habe nicht gelöscht ich glaube es kann ja ich glaube ohne scheiß ich weiß es nicht mehr alter muss gleich gucken ist natürlich extrem belastend aber nee kann eigentlich sein weil ich habe zwei oder drei folgen noch übrig gelassen ich habe die fertigen auch gar nicht gelöscht nur die die roh datei quasi ach wie geil ist das denn wenn du jetzt ein wenig wartest ja das ist schon das schon länger so dass sie anfangen fliegen anzuziehen ich habe mich gefunden jetzt weiter ich gehe noch nicht weiter seht ihr wo ich bin ja bin direkt hinter dir gut auch davon stehen sie schon ich bin jetzt zwei gleichzeitig am abschnetzeln bist du hinter uns was machst du da weiter mal eben oh gott hier ist wieder ein großer nein direkt wieder hoch direkt wieder ich häng fest ich häng fest was ist das für ein großer ja ein großer warte schon so ein richtiger oschi ach so ein pene ja hat ja gut funktioniert mit der flergern warte ich töte den gegen schubs ne wir müssen runter ne mit ihm ist roter kommt ja ja dann kommt warum sehe ich denn schon wieder nicht das macht ja nicht die könnte ich nicht mal um die wäsche halte alle machte mal das scheiß licht jetzt an weil es wird schon werden ja warte ok sie sind angestellt ja wie viele leichen liegen ne scheiße so ich belebe dich wieder wenn die scheiß lampen nicht so wollen wie ich das will ne lol was das jetzt ist ein einziger leichenhaufen habe ich den hier gefunden keycard was kann man mit der denn machen die kann man sich anschauen aber da habe ich auch eine für was gibt es davon mehrere weil du sagst die kann man sich anschauen ne ne keycard was hm can be used to open a door wow hilfreich warte warte obwohl wenn die die leute die es noch nicht kennen wenn ich das jetzt sage weil ich es schon kenne weil ich es schon bei jobless play gesehen habe dann wäre das voller nö also sage ich nicht meinst du nicht nein was also soll ich soll ich den solch nein sag's meine ahnung droppen oder was doch einfach nicht hör einfach auf und geh weg und lass uns in ruhe und komm nie wieder danke ja hier unten ist nur ein einziger leichenkeller dann lass uns mal wieder hochgehen war sehr interessant hier unten toll leichen hier leichen party aha leichen gear ich komme mir schon wieder nicht durch ja das war's dann auch wohl von dieser höhle schon wieder mal äh ja lass mal hier hochgehen alter ist sie denn schon abgehakt äh locker nicht hier oben waren wir ja noch gar nicht außer wir kamen daher das kann natürlich auch sein ja das weiß man hier sowieso nicht so genau weil hier sowieso alles gleich aussieht hier kamen wir nicht her oh sollte ich vielleicht nicht kaputt machen naja hier kamen wir nicht her glaube ich lol hier ist voll eng alter das ist überhaupt ein richtiger Weg ja wird's ja wohl ja schon aber lol hier geht's auf jeden Fall wieder runter da geht's noch weiter und hier geht es runter da brennt Licht und da liegen Sachen also Bretter und so Wollen wir erst wollen wir erst hier weiter gehen oder da runter naja müssen wir überlegen also ist jetzt also dann lass doch einfach immer erst einen vorgehen ist doch ganz einfach ah ok ich habe gerade warte hinten geht's aber auch noch weiter ne hier oben oh mein gott wir gehen erstmal runter ok wir können doch eben warten warum was willst du denn machen ja mal eben nur gucken ob es hier überhaupt weiter geht weil ich glaube ich bin nicht daran aber das ändert nichts daran heia heia ne hier ist nur ne Sackgasse ja wirklich was zu holen mir geht's nicht irgendwas ob wir hier halt noch nicht waren ja hier liegen hier liegen wieder Medi ah Medizine ok gut Medizine Medizine zum zum Medizine guys ja hier muss doch irgendwas zum einsammeln wow eine einzige Packung das hat sich voll gelohnt ne bei mir waren zwei ja hier muss doch irgendwas zum einsammeln geben ja und wenn ihr als Zuschauer irgendwas seht was wir nicht sehen dann liegt das halt von einem Beifahrereffekt ja das Wort habe ich zwar vorher noch nie gehört aber ja Beifahrereffekt ist ähm weil du dich auf andere Sachen konzentrierst wenn du da spielst und blaa 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 obwohl vielleicht gibt es einige Leute die den Zug schauen nicht also gut so zu Menka kamen denn jetzt die Steine her das war ich tut mir leid was hast du gemacht achso hast du da so einen Steilknie kaputt geschlagen ja alle alle die da waren hab ich kaputt geschlagen also gehen wir dann jetzt in die andere Richtung ne nach links weil es ist kurz vor ja stimmt nächste Folge das heißt ich würd hier dann also ich mach hier natürlich nix ich nehm eh nicht auf bis jetzt kommt noch kommt noch Minzkraut wird wird noch den u-ultra ich muss euch ja auch ne Chance lassen sonst kommt ihr alle zu mir ja ja klar ich hab gespeichert ich auch ach ne stimmt muss ich auch noch äh dann war's das wohl erstmal wieder wa ja schade schade ja ja schade ach ja gut alles klar warte ich will erst noch zeigen nächste Folge geht nicht hier lang wir wissen zwar nicht wo es lang geht aber sehen wir dann tschüss nicht vergessen Freunde die Hände mit unter die Bettdecke hohohohoho ach